Hallo, ich will da durch, verdammte Scheiße. Ja, ich... Hallo? Ah! Ups. Alter. So, na komm. Na komm. So. Kito. Okay, ich muss die hier ausführen. Ähm. Ja. Das sieht doch nach einem Geheimgang aus. Ja. Na komm, hinterher. Los. Aua. Jetzt habe ich mich erschrocken. So. Ich will die Friedhofssteuerung. Ha ha. Lol, das ist lustig. Ha, aufgeschlitzt. Such super ein Labyrinth nach den Strebern. Achso, hier kann man. Ja, ja, ich komm ja schon. Ne, das ist in der Sackgasse. Bin ich zu früh abgebogen. Oh, Jimmy. Ah, ich weiß, wo der ist, ich weiß, wo der ist, ich weiß, wo der ist. Glaub ich, zumindest. So, jetzt muss ich nur noch... So, jetzt rauseskortieren. Ach. Döp, 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 döp. Ups. So. Kommt mit. Deaktiviere alle Minenarbeiter. Los. Geh mir aus dem Weg, du Made. Schade. So, geht doch. Ach. Sack. Autsch. Autsch. So. Meine Gesundheit ist verdammt niedrig. Na komm. Oh Gott sei Dank. So. Die letzten jetzt auch noch. Achso, hier ist auch noch einer. Sack. Sack. Stirb. Gib auf. Geht doch. Ach. Kann ich auch. So, jetzt ihn noch folgen. Oh, jetzt muss ich die wieder finden. Ich muss sich wieder rauseskortieren. Ich sehe selber kaum was. Ups. Ah. Hallo. Guten Tag. Danke. Ah. Hallo. Guten Tag. Danke. Sehen, was gibt's denn jetzt zu tun? Verteidiger der Festung. Ein bisschen Hilfe Nummer 4. Machen wir die nächste Quest oder? Ja komm. So viel Zeit muss sein. So viel Zeit muss sein. Tut mir leid, Officer. So. Wo ist es denn? An der Schule. Ach. Die Festung ist gemeint. kym. Wie geht's denn? St du? Wie geht's denn noch nicht? Wie geht's denn? Wie geht's denn? Wie geht's denn? Wie geht's denn? Sie sind da so? Wie geht's denn? Wie ich das auch immer jetzt geschafft habe, aber ich habe es geschafft. Wow. Like a boss. So. Und nehme ich komplett falschen Weg. Ich nehme totalen... Ja, ich habe einen totalen Umweg genommen. Aber... Naja, ist doch schön hier. Den ganzen Bäumen und den ganzen Grün und den ganzen Gras. Und den Wiesen.